Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notruf Hamburg und heute mal als Krimineller unterwegs mit einer besonderen Challenge. Ja, ich hab mir die... Ich weiß gar nicht, wer mich auf die Idee gebracht hat. Niklas oder Saul? Keine Ahnung. Irgendeiner wollte irgendwie mit den Bomben was machen und da dachte ich mir, wie geil wäre das denn, wenn ich einfach eine Folge mache, nur mit Bomben mehr? Ich kaufe mir jetzt unendlich Bomben. Ich habe 21 Bomben jetzt. Ich muss aufpassen, ich darf nur die Bomben benutzen. Keine Waffen, darf ich benutzen. Ich darf kein Maschinengewehr, keine Pistole, kein Baseballschläger, gar nichts. Nur Bomben. Ja, und das ist echt genial, finde ich. Ich finde das echt mal lustig, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, wie das so wird. Also ich meine, ich könnte jetzt so hingehen hier einfach so. Leute, zum Beispiel jetzt hier einfach so, ne? Ich tue eine Bombe platzieren. Okay, jetzt hat es nicht geklappt. Oh, da hat fast geklappt, hat fast geklappt, Leute. Okay, fast geklappt. Warte mal. Nochmal. Ja, wir haben ihn, Leute. Weg, weg, weg. Nein. Okay. Okay, sie möchte auch heranschein. Okay, warte mal. Ja. Okay, geil, Leute. Leute, das hat doch schon gut geklappt hier, oder? Oder nicht, Leute? Also ich finde, das hat gut geklappt. Wir hatten zwar schon wieder verfolgt hier, aber gar kein Problem. Wir haben noch ein paar Bomben. Okay, ich habe mich selber weggesprengt damit gerade. Oh, Mann. Äh, adios, Muchachos. Tschüss. Okay, Leute, das kann echt lustig werden mit den Bomben, also. Ja, gut. Wir haben jetzt einen Polizisten im Nacken. Das ist aber gar kein Problem, weil Umfall bauen und dies, das, Ananas ist gar kein Problem, oh. Wir müssen gleich mal tanken, Leute. Okay, Leute, ich habe echt einen fiesen Plan, ne? Ich gehe gleich den Juwelier überfallen und mache überall an den Türen Bomben. Und wenn ein Polizist reinkommen will, dann zünden wir die Bomben. Ist das noch... Klingt das noch ein Plan? Ich glaube, das klingt noch ein Plan, Leute. Ich gehe mal kurz tanken und dann machen wir das. So, Leute, wir nähern uns den Juwelier, ja? Da läuft schon jemand rum. Oh, Polizei schon da, ne? Ist das schon Polizei hier? Ist da gar kein Problem, ey. Gar kein Problem. Oh, Mann, ey. Hier, ein Geschenk für dich vom Weihnachtsmann. Noch ein Geschenk. Hier, noch ein Geschenk. Nimm jetzt das Geschenk. Nimm es an. Nimm das Geschenk jetzt an. Es reicht. Jetzt komm her und nimm es an. Er will einfach das Geschenk nicht annehmen, ey. Das ist ja wohl eine Schweinerei hier. Jetzt nimm das Geschenk und... Nimm es an. Oh, oh. Komm, jetzt her. Jetzt bleib stehen. Ich mache überall Bomben hin, ne? Du hast keinen Kumpen mehr für dich. Oh, nein. Ja! Ich habe mich selber in Luft gesprengt, aber egal. Oh, Mann. Ist das doof hier, ey. Die ganze Bude qualmt schon hier. Überall rauche. Ich kann kaum atmen hier noch, ey. Oh, Mann. Alles am Qualmen hier. Aber egal. Hauptsache, wir haben den Leon noch mitgenommen, ja? Den Leon, der ist nicht schlecht. Also, Mann. Leute, was soll ich dazu noch sagen, ey? Me first. Ja, ja. Ist klar, da. Nix da. Also, genau. Meiner, genau. Also, bitte mich hier zuerst. Ich bin ja wohl der Wichtige hier. Also, ist ja wohl lächerlich hier. Alles qualmt hier. Kriegt kaum Luft hier, ey. Kriegt kaum Luft hier. Kaum. Mann, Mann, Mann. Leute, ich melde mich gleich wieder, wenn es weitergeht. Habe ich noch Bomben? Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich habe alles genutzt, ne? Dann ist das nicht schlimm, wenn ich alle genutzt habe. Alles gut. So, da sind wir wieder jetzt hier gerade. Eigentlich hatten wir einen Kampan, der wurde aber festgenommen. So, jetzt haben wir einen Polizisten hier für dich. So, der soll mich tasern einfach. Kein Problem, das habe ich bereits für dich gemacht. Nein, was? Wieso habe ich einen Sternen? Nein, bin ich doof? Oh, mein Gott, ich bin, glaube ich, zu schnell gefahren. Oh, Gott. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin bestimmt mit 300 kmh oder sowas am Blitzer vorbeigefahren. Oh, ich war mir so sicher, ich habe keinen Wanted. Oh, Mann. Oh, nee. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ich habe gedacht, ich habe keinen Wanted, weil ich denke so, ja, ich habe eh nichts gemacht. Oh, nee. Okay, Leute, wir melden uns gleich wieder zurück. So, Leute. Nächster Versuch. Ja, ich kaufe ein paar Bomben jetzt hier. So, ich bin gleich pleite einfach, aber egal. Muss auch mal sein, pleite zu sein. So, was machen wir denn jetzt hier so? Was machen wir jetzt hier so? Also, ich meine, der Juwelier ist ja wieder hier. So, ne? Ja, gar kein Problem, du. Gar kein Problem. So, was machen wir jetzt? Ich muss ganz konzentrieren hier. Was ist hier los, Leute? So, du bist ja ein guter, ne? Ich mache es kaputt, einfach hier so. Ah, wir sind doch nicht umgefallen, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, ich boxe ihn einfach dann. Okay, da kommt Verstärkung, Leute. Bist du abhauen jetzt? Oh, 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 oh. Okay, wir haben zu wenig Bomben, Leute, eindeutig. Ja, ja, brauchst gar nicht da. So, lass uns jetzt hier. Ach, jetzt mag das schon wieder hier, ey. Das geht mir so auf den Sack hier. Okay, ja, macht ihr mal da, macht ihr mal, Leute. Ich gehe mit einem kurz neue Bomben holen. Gar kein Problem. Okay, da waren echt zu wenig Bomben, hatten wir, ne? Viel zu wenig Bomben. Da muss mehr kommen, Leute. Da muss mehr kommen. Ich glaube, wir machen auch mal hier Schutzausrüstung. Ich weiß nicht, kann man uns da schießen, wenn wir das haben? Keine Ahnung. Ah, da kommt einer wieder. Ey, Finger weg von meiner Karre, da. Was soll der Scheiß? Oh, Energy Drink trinken. Erstmal Energy Drink trinken. Energie brauchen wir hier auf jeden Fall. Okay, dann komm her. Ja. Dauert immer einfach zu lange, ne? Es dauert einfach viel zu lange immer. Okay, so wird's auch nix. So wird's nix, Leute. Fahrzeug ist beschädigt. Ja gut, dann machen wir jetzt nix dran, ne? Machen wir nix, Leute. Machen wir jetzt hier, bam. Mach jetzt wieder mein Vorderreifen kaputt wieder. Hier ist der Gammadon. Den Gammadon entsprengen wir auch jetzt weg. Erstmal hier. Zack. Ja, komm. Komm, komm, komm. Schön hier erstmal ein bisschen. Ja, ist klar, Lord Gammadonien. Ich hau erstmal ab jetzt hier. Das wirbt mir zu kriminell hier. Das wirbt mir zu kriminell, Leute. Ich hau erstmal ab. Hm. Okay, das war jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Aber egal. Wir tun erstmal unser Auto reparieren, Leute. Oder wenn wir es so schaffen. Ja, schaffen wir nicht. Okay, schnell offline gehen. Ja, Leute. Ja gut, Leute. Was soll ich dazu sagen? Also Trick 17 hat anscheinend nicht geklappt. Wir sind im Gefängnis. Egal. Okay, Leute. Es startet Versuch Nummer 3, ja? Wie viel Geld haben wir noch? 128. Okay, gut. Das heißt, wir können ein bisschen was kaufen hier. Ja, boah. Alter, mein Name ist Geld. Aber egal. Mein Name ist Geld. Wir machen Juve unsicher. Wie machen wir denn Juve unsicher? Ich habe hier noch einen Kollegen dabei. Also einen Zuschauer, besser gesagt. Ja, der Jonas ist auch jetzt endlich im Video drin. Hat sich gefreut schon. Ja. Aber gar kein Problem. Ab zum Juwelier, würde ich sagen. Was geht hier ab? Was geht ab hier? So, gehe ich hier rein. Direkt der Polizist zurückkommt wieder hier, ey. So, jetzt erstmal Alarm anmachen hier. Damit die reinkommen hier. Ich habe nur Bombe, kann gerade nichts anderes. Okay, ja, kein Problem, ne? Nur Bomben hier. Kein Problem. Wenn die gleich reinkommen, Leute, dann geht alles in Luft hier. Wir sprengen alles dann. Warte, hier brauchen wir auch noch vom Eingang. Hier so eine. Hier so eine brauchen wir noch. So, weiter kaputt machen auf jeden Fall, Leute. So ist das gut. Die Polizei, die traut sich nicht mal, es mehr reinzukommen. Das ist wohl auch in Ordnung. Genauso soll es auch sein hier. So, weiter auf jeden Fall hier. Alles ausräumen, was geht hier, ne? Die Bude piept hier auf jeden Fall. Der traut sich auch nicht reinzukommen hier. Also, genau so soll es auch sein. Da steht immer noch der Menteser. Da kommt Verstärkung schon. Naja, kein Problem. Gar kein Problem. Hol erstmal alles raus hier schön, ne? Alles rausholen, was geht hier. Da kommt erst ein Polizist, Leute. Jetzt kommen sie rein hier. Oh nein! Was soll das denn jetzt hier auf einmal? Was soll das denn hier? Oh, oh, oh. Was soll das denn hier werden? Da wurden wir überrannt, Leute. Das ging schneller als gedacht. Und der Kollege auch. Oh, Mann. Nicht Jonas. Jonas, nein. Ich lass dich frei. Ja. Genau, das ist gut. Beim Dealership. Das ist gut, ne? Werden wir freigelassen? Weil ich hab ja auch nichts Möses gemacht, ne? Ich hab nur ein paar Silvester-Raketen gefeuert. Ich hab die noch übrig gehabt von Silvester. Ein paar Knallerbs hab ich da reingetan, ne? Muss ich ja direkt in den Knast rein, dann, ne? Mich würde mal interessieren, was wir gleich so bekommen haben auf dem Handy. So, Leute. Da sind wir wieder auf freien Fuß. Vielen Dank, ja, Damian. Vielen Dank an dich. Und jetzt geht's weiter, Leute, mit unserer, ähm... Haben wir nur alle Straftaten? Besitz illegaler Gegenstände. Zwei mehr Juweliere, Angriff mit Bombe. Ach, das ist ja noch in Ordnung. Das ist ja fast gar nichts, ne? Wir haben ja noch ein paar Bomben. Wir müssen den Juwelieren auch ein bisschen vermieden, auf jeden Fall. Oh, schaffen wir das? Das schaffen wir, ne? Ja, ja, locker. Oh. Na, da geh ich nicht lang. Da geh ich nicht lang. Ne, 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 ne. So nicht, Kollegen. So nicht. So, so. Natürlich noch ein bisschen vernünftig fahren hier. Sollen wir mal... Bei der Bank ist bestimmt auch lustig, ne? Kommt zurück. Ja, ja, ist klar. Ich komme ganz bestimmt zurück. Schreiben wir erst mal... Leute, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, Leute. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Dein Freund. Ja, ja, ist klar, mein Freund. Ich habe genau gesehen, wie der Stop Six da. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hatte... Ja, wir haben einen mitgenommen. Ja. Einen haben wir mitgenommen, Leute. Einen. Oh, ey, geil. Okay, Leute. Einen haben wir mitgenommen. Und Bankraub haben sogar noch gemacht. Ja, besser geht's kaum. Besser geht's kaum hier. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollen mit dem Bum. Oh, Mann, der Arme, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber wir sind schon wieder... Schon wieder in Gefangenschaft von Back to Infinity, ja? Schon wieder hier. Mann, Mann, Mann. Ich lasse dich wieder frei. Ja. Ja, danke, schreibe ich dann. Ja, danke. Ist gar kein Problem. Jetzt müssen wir noch gucken, wo hier... Wo hier jetzt mein Kollege eigentlich ist hier. Komm zurück, mein klein Kollege. Ja, ja. Mit Stop Sticks. Ne, danke nochmal, Damian. Aka Back to Infinity. Sehr nett von dir. Ja. Du bist im Video. Tatsächlich, ne? So, Leute. Jetzt geht's weiter. Wir haben noch vier Bomben. Okay, okay, okay. Da ist Sirene. Oh, oh, oh. Was soll das hier werden? Was soll das hier? Wer ist das jetzt hier? Warte mal. Bomben für alle Leute. Immer mehr Bomben. Oh nein, was? Was war das denn jetzt bitteschön hier? Das ist ja wohl eine Frechheit hier, ey. Oh, 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 oh. Nur noch rückwärts fahren können wir jetzt hier. Nur noch rückwärts fahren. Oh, was ist denn bei der Bankluster? Was ist denn da los hier, Leute? Habe ich überhaupt noch Reifen? Ich habe gar keine Reifen mehr, Alter. Komm, du schaffst das. Komm, komm hoch. Oh, was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Hallo, hallo. Schönen guten Tag. Möchten Sie eine Bombe haben? Gar kein Problem. Hier ist die Bombe. Ihre bestellte Bombe ist da. Okay, weiter geht's, Leute. Schnell weiter. Schnell weiter hier. Schnell weiter. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Wir brauchen mehr Bomben, Leute. Immer mehr Bomben. Oh nein. Nein. Mein Auto ist kaputt. Okay, ich kann es nur noch anschieben, Leute. Das war's, Kollegen. Das war's. Flucht. Flucht. Schnell hier aufs Parkhaus drauf. Schnell drauf hier. Oh nein. Ich bin untergestürzt. Ich hab's nicht geschafft mehr. Nein. Nein. Das war's in unserer kriminellen Karriere, ja? Die Bomben-Sprengung ist jetzt vorüber. Das war's. Ende aus Mickey Mouse, sag ich dazu, ne? Das hat mich auch ein bisschen gekostet. Ich glaube, ich bin 100.000 Euro losgeworden in der Folge. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ohne Scheiß, ne? Das war echt witzig, muss ich sagen. Da liegt auch noch einer, ne? Da liegt noch einer, ne? Besser geht's kaum, sag ich dazu immer, ne? Besser geht's kaum. So, was ist jetzt hier los, bitte? 20 Sekunden noch. Achso, 20 Sekunden noch. Da. So. Ne, wie so? So, so, ne? Lass ihn frei. Genau. Ja, ja, darf ich in, darf ich in Gaming, was? Gaming.HD, wer? Was, wie, wann, wo, was? So, ne? Ja, ja, genau. King Kong Dennis, nein. King Kong Dennis. Ja, nein, ja, vielleicht. Eventuell. Bin draußen. Okay. Ja. 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 Leute, versucht alles, versucht alles, was geht. Nein. Ja, nein, vielleicht. Ich bin auf dem Stuhl jetzt hier. Auf dem Stuhl der Wahrheit. Genau, lass ihn. Genau, ich hab nix getan. Ich hab nur ein paar Silvesterraketen abgezündet da. Abgefeuert, mein ich. Ich bin doch dein Body-Troll. Ja, ich bin aber hier im Gefängnis, ne? Wie sagst du, versuchst mich zu killen? Ich hab nur eine Knallerbse auf den Boden geworfen. Ne, also jetzt, jawohl. Er will nur ein Video machen. Genau, lass ihn. Genau, ich wollte nur ein Video machen. Ich hab nur ne Knallerbse auf den Boden geworfen. Also, jetzt, jawohl, jetzt, also, ne? Ich hab hier gar keinen versucht, irgendwie. Achso, dann ist ja gut. Ja, genau. Das ist ein Missverständnis. Ja, genau, ne? Da, Hilfe. Trollface, Hilfe. Nein. Nein, Leute. Okay, das war's. Na, alle abonnieren, schreibt er immer schon hier per SMS. So soll's sein, Leute, ne? Wer noch nicht abonniert hat, der kann's gern nachholen. Ja, Internet ist weg jetzt. Jetzt schnell meine Freiheit. Komm, Internet weg. Komm, Internet weg. Nein, nicht Internet weg. Ja, tut mir jetzt auch leid. Wie, was soll das denn jetzt hier? Ja, tut mir jetzt auch leid. Wie, was? Wo, wann? Ich hab nix gemacht. Oh Gott, hier ist ne Kolonne hinter mir, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Kolonne, eine Riesenkolonne hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte nur ein paar Silvesterraketen abzünden, ja? Abfeuern, meine ich natürlich. So, hier ist direkt die ganze Polizei hinter mir her. Oh, 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 oh. Nix gut, diese. Nee, 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 Leute, so. Das gefällt mir gar nicht, was ihr macht. Mach. Nee, nee, mach nicht. Hier, Bodyguard ist hier, Bodyguard ist hier. Jonas, Hilfe. Hier, Jonas, Hilfe. Nur beim nächsten Mal nicht die Polizei angreifen. Ich habe keine Polizei gegriffen, also das ist ja wohl jetzt hier. Ich habe nichts gemacht. Wie? Ja, wie? Ich weiß nicht. Jonas, Hilfe. Dennis, Hilfe. Jeder muss mir helfen hier. Hilfe. Lass ihn. Äh. Och, ne. Oh, oh. Ja, 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 genau. Genauso soll es sein, Leute. Was soll ich machen? Ja. Okay, Leute, jetzt Freiheit. Freiheit genießen. Oh, oh. Freiheit. Oh, oh. Freiheit. Freiheit. Ein Leiter. Haben eine Leiter noch. Schnell hier hoch. Zack. Bam, bam, bam. Jetzt mache ich Parkour hier. Ja, jetzt genau bis zu oben geklettert. Okay, kein Problem. Oh, keine Energie mehr. Ja, auf mich schießen bringt ja nichts, ne. Das ist ja klar. Boah, die gar nicht versuchen. Oh, da oben ist einer. Ach, du, da hast ein Eingang. Aha. Ja, dann laufen wir mal ein bisschen hier. Was? Wieso? Ach, ich habe fünf Sterne. Oh, ich habe fünf Sterne, Leute. Ich habe fünf Sterne gehabt, deswegen konnte man auf mich schießen, ey. Das ist ja auch frech, ey. Oh, Mann, 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 Mann. Ne, was ist da los? Was ist da bitte los? Ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, das war es mit mir, ja. Die Karriere ist beendet. Ich liege am Boden jetzt tatsächlich, ja. Die Bombendrohung ist vorüber. Es ist vorbei, Leute. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Und ciao. Das war ja, das war ja. Und das ist das, was soll. Bin lasst. Und sie sind dabei. genau. Ich weiß wieder. Boah, weil wir элем cada.